gute und schön dass ihr wieder mit dabei sein bei susit squad kill the justice league wir müssen wollen finden und retten dahinten gehen wir mal hin alles weg hier wohl einsammeln und weiter geht's wir wollen wir müssen sie jetzt wissen wir so moment ne so gefällt mir das nicht warum hat er keine snipe hmm jetzt bin ich ganz zwischendurch ja jetzt stimmt es muss die wiederbeleben nach jederzeit habe ich die zeit verblieben würde ist egal ob die todes oder nicht die war habe ich jetzt wieder die scheiße da ist doch wir müssen sie was dafür habe ich so und das jetzt so 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 wo ist denn jetzt naja naja was goldenes das ist aufmerksamkeit und die bekommt es auch passt zu meinem abzugs finger ja irgendwas ist anders so 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 ein fahrzeug eine große bitte von einer verräterin das hatten wir doch schon mal ihr seid absolut ersetzbar das war schon immer so ersetzbar durchaus und unsere gefühle so 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 Die Atombombe wäre mir jetzt lieber. Wurde auch Zeit, dass ihr es aus meiner Sicht seht. Und wo zur Hölle ist Boomerang? Geduld. Er kommt immer zurück. Er kommt immer zurück. Er kommt immer zurück. Er kommt immer zurück. Na los, mach's schon. Weg da. Ich fahre. 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 Ich stehe unter Schock und Superman nimmt seine Stadt auseinander. Und wir haben kein Eis mehr. Ich habe den Finger am Auslöser. Ich fahre. 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 Und du fahre. Und du dir hast. Der Kampf anfing, aber Wonder Woman hat versucht, den Kampf von den Zivilisten wegzulenken. Ich sehe Feinde auf den Dächern und dieses Fahrzeug ist nicht für den Kampf ausgelegt. Räumt mir den Weg frei. Scharfschützen im Einsatzbereich. Was bedeuten diese schwankenden Messwerte? Los, kümmert euch um diese Feinde. Ich will es nicht zweimal sagen. Verletzt sie weg. Da stehen die schon da, ne? Ich werde sie verkranken. Der Feuer hat den Schuss aus der Luft. Na gut, ich mische lieber um die da, hier. Ich habe Intention. Das ist gut. Wie du das so irritiert hast? Na JAM Labs 2 Scheiße, ja! Jetzt bin ich ein U-Boot, um Leute zu zermatschen. Das ist ein U-Boot? Damit hämt ihr uns an den Feld? Was, so sehen Sie cooler aus. Shark, wir haben keine Zeit, um dir den Hochmut des Menschen zu erklären. Kampf gegen Superman! Die Zuflucht wurde zerstört. Wir wurden vom Rest von Drangruppe getrennt. All die gebrauchen, Medizin ist der Hilfe. Es herrscht kaum. Wonder Woman tut ihr Bestes, aber Superman ist... Er wird die Stadt zerstören, um sie zu lösen. Überlebende in der Stadt, wenn möglich. Begeben Sie sich in unterirdische Schutzräume. Hey, zurück! Runter! Ein freundlicher Panzer kommt direkt auf euch zu. Vorsicht, der will nicht nur spielen. Verschwindet! Los, Bewegung! Wir sind auf dem Fehler, schönsten und sein... Unsere Arbeit ist getan, Wurla. Es geht auch ohne Drohungen. Diese beiden Metas sind die verdammte Bedrohung. Sind wir schon da? Nein? Nein? Wir sind gleich da, Boomerang. Und wenn du mir noch einmal reinredest, schmeiße ich dich hier raus. Äh, wer glaubt ihr gewinnt? Ich weiß es nicht, aber wir nicht. Ihr lauft lautendirekt über die Flucht. Der Leidt fängt ab. Quince schädigt sich nicht um ihre Sicherheit. Das macht sie so gefährlich. Neues Spiel, ihr habt ihn. Neues Spiel, Harley, Quince. Ich bin der Schupperex-Team. Ich bin der Schupperex-Team. Ich bin der Schupperex-Team. Ich bin der Schupperex-Team. Bist du nervös, Leute? Minderwertige Fassgefühle? Elimitiere. Das tut weh, Team. Ich meine nicht die Schusswunden. Okay, Waller, alles sauber. Weiter geht's. Gut, ihr habt den Durchbruch geschafft, aber wir sind noch nicht sicher. Los! Ich sag mal, wo brennt's, aber... Ha, nicht schlecht. Wenn Deadshot Witze reißt, stecken wir wohl echt in der Scheiße. Scheiße? Würde ich aber definitiv riechen. Na, wir stehen mittendrin. Das befischende Ende der Welt. Das Schreisding ist überhigt. Bei mir, vor mir. Wir müssen ins Allerheiligste gelangen. Jetzt! Entschuldigung! 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 Ihn... ... ... ... fourth ... 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 Steht nicht nur rum! Hilft mir! Task Force X, ich meinte jetzt! Was? Was tut hier? Ihr gehört mir! Er tötet uns doch alle! Wollt ihr hier wirklich euren letzten Atemzug tun? Nein! Dann helft mir! Mir reicht einer von euch! Und die anderen drei sind dann erledigt! Ja! Oh, das hättest du nicht tun sollen, Shark. Das ist Superman. Der macht sich zum Plattfisch. Sie gehört zu uns. Verzeih mir, Kalel. Der macht sich zum Plattfisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es hätte... Spar dir die Kraft. Es hätte ihn töten sollen. Er erholt sich. Seid bereit. Shark, hilf mir, sie zu tragen. Wir haben Sannis drinnen. Ich dachte, ihr vier könntet nichts erreichen. Ich lag falsch. Sie ist bestimmt nur etwas müde, oder? Ihr Herz schlägt nicht mehr. Du bist gestorben, wie du gelebt hast. Rattenscharf. Und ohne auf uns zu hören. Und was tun wir jetzt? Task Force X. Sofort rein. Ich bin... Ich bin... Es hätte ihn töten sollen. Hat es aber nicht. Ohne Wonder Woman kann ihn niemand daran hindern, sich zu heilen und zurückzukehren. Und das ist dann das Ende. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht? Willst du was sagen, Boomerang? Ja. Es, äh... Die Konsequenzen der Verderbnis? Äh, also es ist nur die, äh... Konsequenzen der Verderbnis. Haben Superman ein wenig verändert. Bis in seine DNA. Ich wette, die haben Superman verändert. Bis in seine DNA. Ja, die... Knochen und so. Ähnliches ist mit Sicherheit auch dem Rest der League passiert. Das ist sicher auch mit dem Rest der League geschehen. Oder? Hätte ich aber eine Lebendprobe, wie euren Batman. Hätten wir aber zum Beispiel Batman gefangen. Lebend allerdings. Könnte ich einen Superman-Killer entwickeln. Dann könnten wir ein Superman-Tötungs-Dings erfinden. Alles, was ich brauche, ist die Fledermaus. Bringt mir die Fledermaus! Halt, nein. Nein, 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 nein. Das ist irre. Das machen wir nicht. Direktorin, glauben Sie diesen Unsinn etwa? Okay. Und wie zur Hölle stellst du dir bitte vor, wie wir den gefährlichsten Mann der Welt finden und außerdem exfiltrieren? Keine Ahnung. Meistens findet Batman uns. Zum Beispiel, als er uns vermöbelt hat, bevor er Flash gemobst hat. Vermutlich verkriecht er sich in einer seiner Bat-Höhlen. Also, wenn er unter der Erde ist, kann ich ihn finden. Oh, aber Harley und ihre Freunde müssen mir helfen. Falls ihr Batmans Höhle findet, kommt ihr nicht rein ohne Batmans Bio-Signatur oder dem Batmobil. Ich hab ein Batmobil. Ich sagte, ich hab ein Batmobil. Seit wann? Hier oben, Soldat. Die feinste Ingenieurskunst, die nicht von mir selbst stammt. Direktorin? Ihr habt eure Befehle, Task Force X. Wir folgen Boomerangs Plan. Gott steh uns bei. Findet die Höhle, fangt Batman. Bringt ihn zur Halle der Gerechtigkeit. Lebend. Komm, Isley. Dann mach dich mit Gizmor an die Arbeit. Sollte ich jemals wieder irgendwas vorschlagen, Sharky? Erschieß mich. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Was? Pingu und ich haben es jetzt geschafft, die ganze Kraft meiner Effekte in eure glitzekleinen Granaten zu packen. So was gibt's heute gar nicht mehr, weil es ein Gesetz dagegen gibt. Jetzt könnt ihr auch ohne Daphne und meine Helfer Giftwolken versprühen. Und das solltet ihr auch. Dann versprühen wir Giftwolken jetzt. Ab jetzt. Talentbaum. Was kann ich für dich tun, Killer? Hm. Schauen wir mal rein, ne? Hm. 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 Machen wir das hier. Unsere Wurzeln erkunden. Ja, das ist Wunderwurm und Tod, ne? Ah, er schläft nur. Okay, Leute. Also danke fürs Zuschauen. Teilen, liken, abonniere nicht vergessen, ne? Und... Cheerio! Das ist nicht logisch.